Mein Wunsch war schon immer gewesen, selbstständig tätig zu werden. Denn mein Vater war auch schon seinerzeit selbstständig gewesen. Nachdem ich dann viele Jahre erfolgreich in einem großen Vertrieb für Immobilien und Versicherungen erfolgreich gearbeitet hatte, war für mich eigentlich klar, dass die Immobilienbranche meine Herzensangelegenheit ist. Und ich hier die Chance bekomme, nach meinem Qualitätsanspruch die Kundenwünsche zu erfüllen. So kam es dann, dass wir vor über 25 Jahren gemeinsam mit meiner Ehefrau die Firma BAE Hesse gegründet haben. Ja, meine Arbeit macht mir wirklich immer noch Spaß. Denn es ist immer wieder spannend und herausfordernd, die Wünsche von Eigentümern zu erfüllen. Gerade im Hinblick darauf, dass ja der Verkauf einer Immobilie in der Regel der größte Wert ist, den die Menschen geschaffen haben. Und wir dürfen sie dabei begleiten. Und es ist immer wieder eine Kunst, den richtigen Wert einer Immobilie festzustellen. Denn die Emotion der Eigentümer ist ja oftmals der Grund, dass sie den Wert ihrer Immobilie nicht ganz marktgerecht einschätzen. Und darüber hinaus gibt es eine Entwicklung, wie in jeder Branche auch bei uns immer wieder Veränderungen. Und so ist es umso wichtiger und erfreulicher, dass mein Sohn Lukas jetzt bei uns mit in der Firma ist, der viele neue junge Ideen mit sich bringt und wir so die Chance haben, die Tradition eines Familienunternehmens mit dem Modernen zu kombinieren und alles zum Wohle der Kunden. Ja, da weiß jeder, der mich kennt eigentlich, dass der Fußball meine große Leidenschaft ist. Ich habe immer noch das Glück, selber Fußball spielen zu können. Und darüber hinaus verbringe ich eben viel Zeit damit, auch ehrenamtlich als Vorstand beim SSC Teutonia zu arbeiten. Und darüber hinaus auch noch bei anderen Spandauer Sportvereinen als Sponsor tätig zu werden. Mein Leben besteht aus drei Dingen. Meiner Familie, die Immobilien und der Fußball. Ganz einfach, eine runde Sache, aber mir macht es Spaß.